Was geht ab und willkommen zurück mit laufender Aufnahme, yay! Ich achte da jetzt immer drauf. Zu einem neuen Part von Let's Play Minecraft 4 The Beast Ultimate, together mit mir. Dem Lümler da. Oh ja, dem Lümler 3000. Da fliegt er, der Lümler 3000. Da fliegt er. Und der hat heute etwas ganz Spannendes vor. Etwas Teamarbeiterisches. Ja, das ist ein... Nein, nein, das ist Partnerarbeit. Achso, nee, du hast das... Achso, du meinst ja das, okay. Naja, wir haben uns beide mal ein bisschen informiert. Ich war verpeilt, weil er in der Zeit sich das gleiche informiert hat. Und zwar geht es darum, wir haben etwas gefunden, um eine Farm zu bauen, die ganz geheim vielleicht nur rüst, keine Ahnung. Jedenfalls brauchen wir dazu einen Iron Tank. Und diesen Iron Tank mache ich jetzt in der Zeit, wo er da hinten was in dem Haus macht. Ja. Ja. Ja, ähm, eine kleine Sache. Bei mir läuft gerade im Hintergrund Musik. Ich wollte das mal ausprobieren. Ähm, wenn es doch zu laut ist, dann geht man lieber auf seinen Kanal. Wenn es angenehm ist, dann bleibt es natürlich bei mir. Ja. Iron. So, weißt du was? So ist das geil. Nee, die Musik nie. So, wir brauchen 74. Und jetzt hat das eigentlich gerade in dem Moment, wo er gesagt hat, nee, das nicht. In dem Moment hat das eingeblendet. Start der Hühnerverarbeitung. So. Ende der Hühnerverarbeitung. Ähm, ich hoffe, das stand da. Oh, die sind schon fertig. Und, äh, spenden der neuen Neune. Hühner. Äh, hast du eigentlich die Iron Tanks mal automatisiert? Andere Frage. Möchtest du die Iron Tanks mal automatisieren? Äh, ich wollte gerade fragen, wie, wie du meinst, das? Ähm, na, dass wir die bestellen können. Also die Rezepte von denen. Das ist schon lange. Ach, ist schon? Okay, sehr gut. Die sind sogar schon fertig, das Iron Zeug. Subi. Das ging relativ schnell. War ein Wunder, aber okay. So. Ich weiß noch nicht, wie ich das jetzt hier anschließe. Jetzt kann ich überlegen, was ich jetzt mache. Oh. Oh ja, hier ist Erde. Das, äh, das, das merkt man schnell. Jetzt kann ich dich fragen, ähm, möchtest du diese geheimen, vielleicht noch geheime Sachen, die wir eigentlich schon mal erzählt haben? Ähm. Das ist eine Mobfarm. Da gibt's nicht viel zu erzählen. Ähm, möchtest du die mit, ähm, Dings haben, mit, äh, Cesseract bestromt oder mit eigenen Solar-Pinneln, oder wie? Tesseract. Über ABC. Also, mit, ähm, mit Redstone, Frame, wie heißt, wie heißt das Ding? Äh, äh. Redstone Energy Cell. Genau, sowas. Also, da proben wir erstmal, hast du noch eine Energy Frame, bevor ich frage? Ich hatte noch nie eins. Gut. Da proben wir hart nicht. Dann machen wir schon mal das, da hab ich schon was... Warte mal, warte mal ganz, warte mal ganz kurz. Hast du gerade gefragt, hast du noch eine Energy Cell, bevor ich frage? Bevor ich frage. Bestes ever. Arrr. Arrr, dein Netz. So. Wir brauchen Arbe. Haben wir nicht noch welches? Ja, klar. Elektron. Wollte ich doch sagen. Ich hatte doch irgendwie zwei Stacks oder so gemacht. Ich hab mich jetzt ein bisschen gewundert. Elektron und was war in der Mitte? Ein Diamant. Dier. Dier, 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 Dier. Ach nee, warte. Hehehe. Das ist keine Schadenfreude. Ne, ich mach grad das Telefon aus. Nebenbei. Ja, das dachte ich mir schon. Wobei, ich könnte eigentlich auch gleich direkt... ...statt den... ...kann ich doch... Ach so, dann wird ja der bepowert, aber das interessiert ja die anderen beiden nicht. Ja, das ist so ein lieber Papa. Also das ist, ähm, ja, dann müssen wir mal kurz laut reden, bevor ich ausmachen kann. Und wenn ich jetzt... Ja, das kann ich ausmachen. Wenn ich da jetzt ein Redstone-Signal anlege, hört der denn auf? Tatsache! Ah, ich muss das Redstone-Signal sogar inwirten. Ja, bei der sieht's jetzt aus. Das weiß ich wohl jetzt, bevor ich jede Aufnahme machen. Äh, Diamant... Dann machen wir das so und so. Frage, mit welchem Rezept ist ein Diamantkraft mit drin? Äh, mit Jujo Meta. Okay, ich hab mich grad gewundert. Äh, ja. So, das heißt, der ist jetzt aus. Und der wird an sein, wenn ich, äh, meinen Hebel umlege und anmache. Dann geht die Torch aus und der... ...Ticker geht an. Ähm... Meine Eltern haben gerade sowas. Wo, wo ist mein Denkfehler an der Stelle? Der Dispenser macht nicht Glück. Okay, Freunde, gehen wir dem auf den Grund. So, und... Dann nehmen wir jetzt die ganz radikale Variante. 1000 Millibuckets. Dann nehmen wir noch ein bisschen Redstone mit. Der Dispenser macht nicht Klick. Oh, hier sind ja, äh, Tesseracts drin, oder? Undertuned? Ach, ja. Aber ich brauch ja keinen Tesseract. Ich brauch ja, ich brauch ja grad die Energiezelle. Ja, die Tesseracts, die sind von mir. Die hatte ich mal hergestellt. Weil ich ja noch, ähm, die nächsten... ...zwei Steinfarmen bauen möchte. Gut. Äh, gut, dann muss ich ein bisschen jetzt noch rein. Äh, ich legste im Moment erstmal hin, äh... ...zwei Steinfarmen. Die werden ja nirgendwo verkraftet. So. Schau mal hier drinnen. Wir haben grad mal 100. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9... was explodiert habe ich das nie gehört okay das ist zu schnell nehmen aber eine sekunde jetzt muss ich mal gucken also ich kann ja immer noch question lernen obwohl ich mal hier also wenn wir mal ende der hühnerverarbeitung start der hühnerverarbeitung okay das wird sehr okay unter westing hier was er gerade baut okay dann macht die technik das ist gut klick 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 also die war dann ja okay machen wir mal so ich habe halt immer gerne irgendwie blöcke da in der richtung und theoretisch dürfte sich das gegenseitig nicht blocken praktisch gesehen werden wir das mal noch irgendwie rausfinden wenn ich die hier anbappse dann nee hier komme ich noch an wenn ich den hier anbappse komme ich noch an den wobei ich könnte auch dass wir jetzt auch mal ausprobieren nein du arsch du kack pipe du hast mir geklaut die arsch pipe jetzt haben wir im kino das was raus arsch pipe out now im kino der lässt uns durch genau und zwei dürfen uns jetzt nicht durchlassen aber das sieht schön aus ja es sieht besser aus oder die rennen das gefühl wenn das wenn der fuß einschläft ja genau das habe ich gerade nicht so ok also theoretisch sitzen jetzt alle circuits die ich hier irgendwie also alle redstone geschichten die jetzt hier irgendwie einbauen kann möchte und musste jetzt die wand bleibt erstmal noch weil ich noch nicht weiß wie ich die treppe baue das kommt nämlich auch noch und dann ist die hühner haben auch schon quasi komplett ich weiß es ist gerade schon nachts das kriege ich auch nie so mit ich bin hier gerade am kraften ich weiß dass es nacht ist aber ist mir ja wir haben ja jetzt genug strom eigentlich außer deine denn solar ding das hat übrigens nicht so einen guten output wie du denkst dein solarfeld ist ja noch sehr ineffizient das solltest du noch ein bisschen ändern problem mit dem solarfeld ist nämlich dass du unten bei den ganzen öfen hast du das problem dass die jetzt schon teilweise strom leiden wenn alle an sind das dort unten damit zu tun dass ich nicht mehr rauskommen kann ich müsste 1 2 ich weiß gar nicht wenn ich einen zweiten kann das ob da was passiert jetzt habe ich erstmal die die zahl weißt du was ich meine nicht wirklich die verkraften jene low voltage deswegen kann ich auch nicht low voltage und dran machen außer ich brauche noch ein transformator dazwischen das geht überhaupt nicht darum die die kriegen wir jetzt genug strom die kriegen noch nicht genug strom bereitgestellt denn deine energy cell ist immer leer wenn alle an sind ja deine energy cell ist leer wenn alle an sind kannst gerne nachgucken gehen dann ziehen wir hier die rüstung aus dafür brauchen wir mal eine pickaxe wofür brauchst du eine pickaxe kannst fliegen kannst dahin fliegen du brauchst dich dann nirgendwo weiter durchbauen zur energy cell ja da kannst du hingehen die ist hier frei ja ich hoffe der folge da ich muss es wissen vertraue mir mal das ist das falsche jung dann haken wir mal ab also was haben wir bis jetzt gemacht boden aus briggs haben wir wände aus marvel haben wir decke aus stone bricks haben wir gut da fehlt jetzt noch ein bisschen was so treppe eingangs tür und art der treppe das unten haben wir auch mit glas lab abdecken gut das sind jetzt zwei panel geworden das war jetzt eine kreative spontan umentscheidung aber das egal wir brauchen auch was nur so wenig oder geht aber noch mehr oh gott wir können nicht genug rein im inventar so so wir sind jetzt fertig hier mit hier mit hier mit hier mit die behalten wir so die brücke kommen hierhin diesen kreativ die brauchen wir sowieso gleich noch die panel können auch ein so zackzack zack 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 einer Inventar voll mit eier und fertig es so d strategic rush to the hell do see essen wir eine mail so also ich wollte eigentlich den bis unten anklicken So, so. So, so. Jetzt haben wir hier, zack, zack, zwei Stacks übrig. So, jetzt mal als kleinen Test sozusagen. Wie sieht es denn aus? Man schießt auf jeden Fall sehr konstant. Ich glaube, eigentlich könnte ich wirklich noch ein bisschen schneller schießen. Aber ich, das jetzt Accessible zu machen, ist wirklich sehr schwierig. So, so, dass es noch gut aussieht und Accessible ist, äh, das, ähm, ein bisschen zu schwierig. Döp, 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 böp, böp. Ich glaube, der schießt noch eine Weile. Ja, der schießt da wirklich echt saulangsam. Ich sollte das echt auf 500 MS runterkürzen. Ach, komm, machen wir mal schnell. So, so. So, jetzt schießt er immer zwei gleichzeitig. So, wahrscheinlich hätte ich zwar gehört, dass er gegeneinander welche trifft, aber egal. So, und jetzt, zack, zack. Sulfur kann man nicht durch, äh, was macht man da mit Leih nochmal? Mit was? Mit Sulfur. Sulfur. Was macht man da mit Leih? Ähm, Gunpowder kannst du damit herstellen und du kannst es zu was anderem umcraften. Äh, mit Industrial Electrolyzer, bla 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 Geschichten. Ja, Sulfur, Sulfur Torch, ja. Stimmt, Sulfur Torch, das gibt's auch, ja. Was, Sulfur Aids? Äh, 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 äh. Okay, keine Ahnung, was ist es. Acid, Säure. Acid. Ah, Galena. Galena wird ja auch, kann man auch nicht braten. Galena kannst du benutzen um Silber und was war denn das andere? Blei! Silber und Blei kannst du damit herstellen. Sogar sehr schnell und extrem gut. Dabei könnten wir uns jetzt hier noch weiter runter bauen? Ja. Weil wir dann im Boden sind. So Leute, ich hoffe, der liebe Rattenfänger ist jetzt zufrieden. Da wir jetzt ein dauerndes Plus haben an der Redstone Energy und wir haben, okay, die Öffentlichen sind ausgegangen meistens jetzt. Aber ihr habt ja vorhin gesehen, dass es nach oben ging. Grund dafür war, ich hatte wenig Inputs. Ich habe auch noch zur Hälfte weggezogen für den Fehler, dass er einzeln arbeitet. Jetzt hat er es aber nicht gebracht und jetzt wollen wir das wieder einzeln befüllen. Deswegen mache ich das Pumpsystem unten wieder weg, hier hinten in der Ecke. Vielleicht werde ich das für anders benutzen, keine Ahnung. Hatte ich mal. Und kann die Energie kann ich jetzt erst mal hierfür benutzen. Deswegen hatten wir jetzt im Moment immer Minus. Aber vorhin lief ja die über die Hälfte und das hat einen guten Plus gemacht. Sehr schön. Und ja. Dinger sind ja aus. Oh, gut. Ja. Also mal erst mal ein Problem. Mal eins gelöst. Ich fühle mich wie im Livestream mit der Musik. Wie lange nimmt man jetzt überhaupt gerade auf? 17 Minuten und 40, 42, 43. Okay. Das kommt extrem lange vor, weil ich so Ja, oder? Weil ich gerade so viel Musik im Hintergrund dauernd laufen habe. Ganz ehrlich, heute kommt selbst mir die Folge mal lang vor und normalerweise gucke ich dann rüber. Okay, denke mir so 12 Minuten. Alles klar. Können wir ja noch ein bisschen was rausholen. Guck rüber. Okay, 26. Hm. Ich glaube, wir sollten mal langsam beenden. So ist ja der normale Werdegang bei mir. Aber heute denke ich mir so Jo, hallo. Ist das nicht schon ein bisschen lang? Nein, hey, ist das ja gar nicht. Das ist total komisch. Ich muss langsam meine Ölchen mal anrufen. Die machen sich so einstimmt um mich. Und ich muss sich niemanden sorgen. Fang schon mal an, deine Energy-Wort zu machen. Obwohl du mich gerade so was von beleidigt hast. Aber okay. Du hast mich so was von beleidigt. Ich habe dich nicht nur beleidigt, ich habe dich so was von beleidigt. Genau, so was. Ich weiß überhaupt nicht, ob die Musik die ganze Zeit zu laut ist. Das wirst du nach der Folge sehen. Ich bin auch mal gespannt. Weil ich habe jetzt vorher eine Folge aufgenommen. Die habe ich jetzt in meinem anderen Programm aufgenommen. Ich habe da was ausprobiert. Und da war es ein bisschen laut. Ich habe es trotzdem gelassen, um zu zeigen, dass man nicht alles perfekt machen kann. Du, das funktioniert sowieso nur meistens mit Try and Error. Ist ja auch eigentlich eher normal als alles andere, dass du da versuchst und probierst und dann funktioniert es oder nicht. Und irgendwann funktioniert es. Machen wir gleich mal ein paar Dias. So, Birch. Her damit. Also, du brauchst zwar seinen Juju für seine Dings. Wie gesagt, das habe ich jetzt erst mal gelassen. Das wird jetzt am Wochenende sowieso noch mehr als genug aufgepumpt, das Ganze. Also, keine Sorge und immer ruhig, was du gerade kannst oder möchtest. Ich fände mir gerade was ein. Und zwar, dass heute, Samstag, ein Live-Team kommt. Mal wieder. Also, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber weil angeblich müsste ich zu meinen Eltern, aber ich weiß es nicht. Da hat er eigentlich gar keinen Bock drauf. Genau. Ich weiß aber auch nicht, wie lange ich weg bin. Deswegen kann ich auch da nichts sagen. Jetzt ist Stone Gears. Also, eigentlich wollte ich nur einen Tag bleiben und dann abends wieder abhauen, um hier schöne Aufnahmen zu machen. Achso, ich dachte schon, du willst andere Aktivitäten machen. Nee, das auch mit dir. Nee, Strich oder so. Oh, das meinst du so? Ja, die kommen dann später. So, wir brauchen es. Kleiner Straßenstrich, ja du. Kleiner Straßenstrich, Lümmler. So. So. So, das geht. Ja, jetzt mit dem Dirtblock ist ein bisschen scheiße. Oh, wir haben drei Pisten, das ist gut. Ähm, die Gears? Habe ich eine Idee. Ja, die Pisten, die habe ich gemacht. Die hat, also, beziehungsweise, die hatte ich eher übrig. Ja, ist. Du, du. So, ihr drei müsst weg. Ihr müsst noch weg. Und den wollte ich nicht wegmachen. Du brauchst nur eine Energy, äh, eine Bridge. Komplett. Oder? Ja und nein. Was heißt das? Äh, ich sag, ich sag erstmal ja. Ich weiß nur nicht, was ich als Energiequelle nehme. Ob ich da meinen Storage nehme, weil der ist zur Zeit ja noch nicht ausgelastet. Oder ob ich einen externen Storage nehme. Und was für einen, äh, willst du einen Ausgang? Also einen extra. Was wünschen wir dir für einen Ausgang? Warte mal ganz kurz. Wir können das Ding mit BC betreiben. Ach, wir können das Ding mit BC betreiben. Fällt mir gerade auf. Ja, ja. Die Dinger jetzt schlucken BC. Gut, ähm. Aber warte mal, das ist nicht schlimm. Die Dinger schlucken jetzt. Welche meinst du jetzt? Ich habe jedenfalls... Beide, der Mob-Spawner und der Mob-Grinder. Äh, der Auto-Spawner und der Mob-Grinder. Die laufen beide mit BC. Das ist doch Redstone, richtig? Nein. MJ. Aber ich sage halt immer den Output-Namen als solchen. Ist das jetzt dein Ernst? Ist das jetzt dein Ernst? Wie hast du das jetzt gerade gemacht? Wo? Wo? Ich muss selber gucken. Wo bist du gerade? Wie hast du das geschafft? Na, wenn die Rüstung zu wenig Energie hat, dann kann das mal schnell passieren. Halt. Äh, vor dir liegt noch ein Item. Wo? Hä? Für mich ist hier nicht... Hier vorne liegen Federn. Die lagen hier im Gras. Warte, ich habe es aufgehoben hier. Du bist für mich, äh, unsichtbar? Ja, ja. Ich bin für dich unsichtbar? Ja. Okay. Das ist ein bisschen seltsam. Äh, irgendwas hat hier gerade gebrannt. Ah, hier. Achso. Das ist der Fireplace. Ja, hier drin ist... Oh, da oben ist noch was, hä? Ich habe langsam echt Angst, dass du mir hier die Häuser abfackelst. Deswegen habe ich schon Steigen gemacht. Ja, aber trotzdem, Feuer hat eine Ausbreitungsrate von 5 Blöcken. Ist mir hier noch nie aufgefallen. Bin ich eigentlich... Ja, ja, ich weiß. 1, 2, 3, 4... Ja, das wäre genau das Haus. Hier fehlt es mal ein Holzstück, aber... Es war... Hä? Stimmt, tatsächlich. Der ist vom Feuer gewesen. Von meinem Testfeuer, da habe ich noch nicht. Das mache ich jetzt mal schnell. Also, wir sind jetzt mittlerweile bei 24 Minuten. Alter, wie schnell ging das jetzt vorbei? Passt halt nicht auf. Ach, ja. Dort. Gut, so. Ich möchte jetzt... Ich möchte die Hünderfirma in dieser Folge auf jeden Fall noch fertig machen. Das ist mir wichtig. Eine Wand reinzimmern, Tür und... Ja, hier ein bisschen Erde platzieren. Gut. Ich habe hier ein bisschen rutschig und so. Alter, das ist so eklig mit dem Fuß. So. Dann... Dann wollen wir mal noch ein bisschen hier so drumherum stehen. Eigentlich das, was mein Hobby ist. Oder nee, wir gehen... Jetzt mal... Wo bist du denn? Der ist ein bisschen too much. Bist du unten in der Bude, oder? Siehst du meinen Namen gar nicht? Ich sehe den Namen nicht. Ich sehe dich nicht. Ich sehe nichts. Dann werde ich jetzt weiter als Geist hier rumlaufen. Ah. Mami. Normalerweise bist du der Geist. Aber jetzt habe ich dich. Wir waren gerade da noch. Das hier? Ah fuck, ich habe keine Energie. Ich muss ein bisschen laufen. So. Dann können wir jetzt hier eine Tür reinmachen. So. Das Solar bringt im Moment überhaupt nichts mehr, wenn ich ehrlich bin. Das hast du ja schon von Anfang an gesagt, aber... Ja, irgendwie bringt das nicht was. Weil man hat dann irgendwann so viel drauf, dass man... Ich stehe jetzt... 4, 3, 2, 1, wenn die Energie ist weg. Also es ist schon... Ja. Gut. Vielleicht brauche ich das ein oder andere Mal nicht. Da kann ich das vielleicht runterhauen, aber... Ach, wir gucken mal. So und so. Und... Ja, jetzt hier eine Ecke muss ich leider so machen. So, zack, zack. Vielleicht überlege ich mir noch ein... Advanced... Advanced, ähm... Beleuchtungssystem an der Stelle. Jetzt sehe ich dich wieder. Dann muss ich mal schauen. Ja, jetzt sehe ich dich wieder. Lol, was war denn noch? Ah, ich habe eine Fakkel. Ah, ha, ha. So. Äh, hier. Ähm... So, wir können mal noch... Äh, kurz am Ende jetzt was bauen, was ich, äh, eigentlich machen wollte in dem Part. Und zwar war es ein... Äh... Wood. Da gibt es einen Wood Tank. Und den würde ich mir eigentlich mal ausprobieren. Hier überlege ich mir noch was. Testen, so. Hier überlege ich mir noch was. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Da muss man irgendwie so, so eine, so eine... Ja... Was man halt so kennt, so eine Lehne hin. So, und den Rest, den weiß ich jetzt schon, wie ich das... Was ich da mache. Haben wir Glas... Also, erstmal F7 wieder aus. Haben wir Glas? Ja, nein, vielleicht. Weiß nicht. Ja, haben wir genug. Also, kommt auch irgendwie, wie du rüber haben willst. Ja, es ist mehr als genug. Ich brauche nur zwei Blöcke. So, rein, rein, rein. Einmal Dreierblock. Den stimm einfach mal hier hin. So, zwei, 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 drei. Ich wusste das doch. So. Die tun wir mal wieder rein. Die können wir auch reintun. Den Rest brauche ich selber. Den brauche ich nämlich noch für das Sicherheitshaus. So. Jetzt noch die Tür. Die zwei Glasblöckchen. Nochmal F7 zur Probe. Es ist genug Obst im Haus. Und es sieht nicht mal so schlecht aus. So, jetzt das Einzige, was hier noch fehlt, sind hier vielleicht so ein Pillar und ein bisschen Deko und bliblablub. So, dass das Haus halt nicht ganz so einseitig aussieht. Wollte schon fast scheiße sagen, aber ja doch. Eigentlich sieht es scheiße aus. Egal. So ein bisschen bliblablub. Mal schauen, hier noch ein Geländer und so weiter. Und dann sieht das Haus auch ganz anseelig aus. Ich hätte das mal craften müssen, dann weißt du, was hässlich ist. Ja, jetzt müssen wir nur warten, bis die erwachsen werden. Und wenn die erwachsen werden, dann werden wir mal ausprobieren, wie es aussieht. Wie viele Eier haben wir jetzt hier noch drin? 5 Stacks und 5 Eier. Man hört es ja, die Küken, die haben ja so ein Gakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak diesen ton da kann man wasser wasser ich habe jetzt mal diesen tank gebaut der füllt sie mit wasser automatisch ich glaube das ist so jetzt lach nicht aber ich glaube das regenwasser ja ich überlege auch aber ich habe so kein regen gesehen das kann doch kein regenwasser sein warte mal ich will was probieren ja rein und danach würde ich sagen bis fertig oder das ist ein regentank guck mal wie schnell der sich auf einmal füllt bei mir fühlt er sich gerade kaum das ist ungefähr sechs mal schneller als ohne okay also da können wir es eigentlich mal behalten jetzt mal zum vergleich so regen müsste jetzt gleich aufhören ja und jetzt guck dir mal zum vergleich an wie langsam die sich ohne regen füllt das ist schon krass krasser unterschied aber ist ja voll cool ich würde sagen den den bau mal zwar ein bisschen woanders sind aber ich finde es nice mich würde man an der stelle auch noch kurz eine sache interessieren ich würde mich mal interessieren ob den das irgendwie daran hindert jetzt wasser zu sammeln das das würde mich mal interessieren ja an der ganze einbauen kannst du nicht dann kannst du ach so kann man ja nicht kontrollieren ja du bist schlau man ja danke davor dass ich den punch drauf habe vor allem ein block lass ich übrig und du sagst du nicht komplett fühlt sich trotzdem irgendwie ach so warte mal idee ach so komplett ja er fühlt sich immer noch mit zwei pro tag sehr cool also es ist komplett egal er fühlt sich immer okay jetzt gehe weg das mein holz ist mein wassertank ich glaube ich habe gerade versehentlich ein wassertank ja oh ja man sollte nicht die waffe in der hand haben hast du den wassertank kaputt gemacht ja ich weiß gut aber da würde ich stellen wir woanders hin ja gut würde ich sagen das war es mit dem part oder machen wir Schluss machen wir Schluss ja 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 wir sind bei 33 knapp da würde ich sagen wenn euch der ganze part gefallen hat dann gebt einen daumen nach oben gebt natürlich einen like auf die musik wenn euch die gefällt wenn nicht dann gebt einen daumen nach unten geht bei ihm auf dem kanal das ist mir dann scheißegal dann verschwindet das was geht ab und wenn ihr musik macht dann kommt zu mir ähm ein wassertank block fehlt ja den habe ich vielleicht auf gesammelt das kann sein ich habe nämlich noch vier im emmata also muss irgendwie mehr machen gut aber wie gesagt damit ich wünsche euch noch einen schönen tag äh schönen abend oder schönen nachmittag kommt auf an immer schön daumen nach oben geben äh und natürlich auch so wie immer was natürlich alt bekannt ist äh abonnieren ähm alter ich mag das nicht mehr du bist einfach unfähig dreimal in einem part gestorben das das ging dreimal zweimal drei wir können auch zählen drei ich sag zwei leute drei wir machen eine wette nein ich wette nicht wenn ich wenn ich verliere esse ich ein äh wenn er verliert dann löscht er seinen kanal ne dann dann doch dann esse ich nein wenn du verlierst löscht du deinen kanal es waren nämlich zwei sieben im daten weiß kein sieben und der requieren sinne und der cut Steiner playlist hier well in quotes ja tsch mö j mö wo